Da, wo der Mensch ist, ist Kultur. Da, wo der Mensch nicht ist, ist Natur. Ja, und dazwischen befindet sich die sogenannte Kulturlandschaft. Beziehungsweise die Landwirtschaft. Ja, da ist der Mensch in seinem Element. Ja, da kann er sich an einem wohlgeordneten Bewuchs ergötzen. Und an der frischen Luft austoben. Rackern. Ackern. Sälen. Mähen. Hägen. Fliegen. Ecken. Stecken. Schneiden. Weiden. Sensen. Pflanzen. Bäuerlich-sportliche Betätigungen in Fülle und Gülle. Obst, Obst gedeiht, wie nicht gescheit. Obst knospt und strotzt, den Stürmen trotzt. Letztlich ein Ding des Dungs. Ein beherzter Batzenmist Macht aus Raps ist, macht aus Raps erst, was er isst. Es lächzt das Nutzgewächs nach Lauche. So ist's seit Alters her längst Brauche und Grund des Ackerstunks. Der Großgrund, der Großgrund, der Großgrund, der Großgrund Pflanzer und Olfaktor, stolz auf seinen Strulletraktor. Treckert, odelt, klotzt und kleckert, trotz, dass alles motzt und meckert, hektarweise exzessiv. Selbst der Nebenerwerbslandwirt, duldend, dass es Dekutant wird, gibt's den Erbsen, volle Gülle, hüllt sein Erbstück Landidylle. Knie tief in Fäkalien, Mief. So florieren Viktualien, unberührt von Chemikalien, lecker und superbst. Die Gurke gurkt, die Linse linzt, der Bauer grinst beseelt. Speziell im Herbst. Die ehrenwerte Ehre wehrt sich nicht, wenn Merde ihre Erde nährt. Ertrag und Schwung, dank derbem Dung, dank Fie-Pie-Pie-Berieselung. Doch wenn's kein guter Dung ist, dann leider ist der Dung Mist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017